Yo Freunde, was geht? Bei uns geht wieder so einiges. Wir nehmen euch heute mit in einen Fit Couple Day. Wir frühstücken zusammen, wir gehen zu meinem neuen Pferd, was ich gekauft habe. Und es wird auch einen geilen Namen haben. Auf jeden Fall kommt der Name von Dragon Ball. Seid gespannt und wir werden ein geiles Essen essen. Wir nehmen euch den Tag mit. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit. Wer ein Trikot jetzt beim Sport und Cardio macht, mache ich jetzt hier zu Hause schon mal Frühstück. Ich werde gesundes Frühstück machen. Ich mache die Brötchen selber. Und ja, dann halt Rührei und ja, einfach nur gesunde Sachen. Bei Rikos ja noch auf Diät. Und ja, genau. Da nehme ich euch jetzt einfach so ein bisschen mit. Wir benötigen jetzt für den Teig 250 Gramm Dinkelmehl, 250 Gramm Magerquark, ein Ei, dann eine Packung Backpulver, eine Prise Salz und einen Teelöffel Zucker. Also ich nehme natürlich diesen Zucker Light. Und dann einmal Line, dann habe ich jetzt zu Hause, die mache ich einfach oben so ein bisschen drauf. Ja, kann man natürlich auch andere Körner nehmen oder einfach gar nichts, wie man halt möchte. Genau, das alles wird jetzt hier erstmal vermengt und dann geht's weiter. Genau, genau. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die Brötchen sind jetzt im Ofen bei 190 Grad Umluft und ich mache dann immer, wenn ich die reinpacke, also der Ofen wird natürlich vorgeheizt, dann nehme ich immer hier diesen Pinsel, mache den mit Wasser nass und mache dann immer so ein bisschen Wasser da so dran, damit es ein bisschen dampft und dann gehen die Brötchen auf Wasser auf. Genau, die sind jetzt bei 190 Grad Umluft im Ofen für so 10 bis 12 Minuten. Ich habe die Uhr jetzt erstmal auf 10 Minuten gestellt und gucke dann, wie die aussehen. Und was noch wichtig ist zu wissen, ich habe gerade ein bisschen was Falsches gesagt. Und zwar Backpulver braucht man kein Päckchen, sondern nur ein halbes, da ich nämlich nur die halbe Portion gemacht habe von den Brötchen. Und ja, genau, braucht ihr nur ein halbes Päckchen Backpulver. So, hier mache ich jetzt noch eben ein Rührei und die Brötchen sind jetzt auch fertig. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. So, Freunde, Marlina macht das ganze Frühstück alles jetzt fertig. Dann fahren wir wieder zu meinem Fährers, das ich gekauft habe. Und währenddessen habe ich Kali gemacht, 45 Minuten. Wir waren 600 Kalorien weg. Ich habe zwei Folgen Corona Basket geguckt, wenn ihr das nicht geguckt habt. Auf jeden Fall gucken, geiler, geiler, geiler Anime. Ich wiege jetzt 98 Kilogramm. Wir wollten in vierten Tagen genauso Wettkampf in Polen. Und da wollten wir so auf 95 Kilo runter, dass wir so beim Wettkampf ungefähr 3 Kilo leichter sind. Wenn man Rücken schön frei wird, sonst war alles top. Und ja, man, jetzt mal gleich gutes Posing. 2 bis 5.000 Kalorien jetzt jeden Tag. Verbrenne 5 bis 6.000 Kalorien jeden Tag. Und ja, jetzt bin ich jetzt immer vollkommen leer an Kali und Blass. 1 bis 6.000 Kalorien jetzt jeden Tag. Und ja, jetzt bin ich jetzt einmal sehr gut. Ja. So, ich habe hier noch die Zellen, richtig viel Zimt drin, Alter. Und High-Protein-Pudding. So, und hier wird jetzt gleich das deutsche Team supported. FBC, Europe, Spanien, Alicante. Die Profis menschlich sind jetzt dran. Ja, Mann, geil, mega Bock. So, das ist jetzt aber Balou. Das ist noch nicht mein Pferd. Das zeigen wir gleich euch noch, ne? Guck mal da, das ist Chichi van Helsing. Aber Malina muss ich nachher noch erklären, warum Van Helsing? Und warum Chichi? Ich verstehe es auch nicht ganz genau mit den Pferden in den Armen. Mal sehen, was das Thema ist. Wie alt ist das jetzt? 3. Hallo. Auch noch nie drauf gesessen, ne? Ich glaube, wenn ich da drauf sitze, ist er geschädigt. Der kommt durch. Das fühlt sich schwer. Aber das ist ein Merkmal. Nee, das ist kein Merkmal. Das ist eine Macke und da wächst gerade wieder noch das Zelt. Achso. Also hat er auch so eine Macke weg, dann passt das doch. Ja, ja. Hat er nicht. Aber Lampraum oder was? Ja, also liebt ist sie bisher. Ich weiß ja nicht, was sie machen, wenn sie reisen. Oh, süß. Süß. Achso. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee. Eis. Halloumi. Ich habe hier heiße Zitrone. Aber nur noch heute. Morgen nicht mehr. Sagst du dir jetzt mal. Nein. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe hier schon alle Zutaten in den Topf getan für Fladenbrot. So, wir machen jetzt einen Döner selber. Das Rezept kommt von Jill & Artie. Und ja, das ist jetzt der Teig. Dafür braucht man 250 Gramm Magerquark, 60 Gramm Dinkelmehl, 20 Gramm Haferflocken, 2 Eier und Gewürze nach Wahl. Ich habe jetzt einfach Salz genommen und wir haben so ein Pizzagewürz. Das habe ich da jetzt mit mir reingemacht. Und das wird jetzt erstmal hier alles vermengt und dann kommen da so zwei Kleckse auf dem Backblech und dann wird das 20 bis 25 Minuten bei 225 Grad gebacken. Dann ist das Brot schon mal fertig und dann fehlt nur noch der Inhalt. Dann bin ich mal ein Spannbäby. Ich auch. Das wird auf jeden Fall schon mal ganz gut, glaube ich. Muss aber noch ein bisschen und da kommt dann noch Tomat rein, Gurke, Exquisa. Ich habe mir noch so Stoffchen geholt und in der Tata von Planet Meat. Rico, zehn Freunde, Planet Meat. Man kann natürlich auch. Eigentlich hin mit der Hähnchen oder so, aber auch hier. In der Tata. Ja. Ja. Weil es auch schon kleine Fitness. Genau. Franz. Franz. Freust du dich? Franz. 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 Du hast den Poprick auf der hohen Gegen. Jetzt reicht's. So viel geiles Fleisch! Stopf es rein. Ich muss noch Platz dir. Hey! So sieht doch mal ein clean Donut aus. Ein was? Donut? Donut. Dinner. Jetzt? Mh. Schöne Sour Cream drauf, das Schild. Wir haben auch noch und und nee, ist leid, ne? Ja. Nee, dann hätte ich das vorher machen müssen. Wie du willst, dein Leben, deine Entscheidung. Mh, Leute, guck mal hier, schön light-on-on-e-Sauce, hast du da drauf gesnackt. Ich mach Bibi noch ein bisschen fellow-fit, ohne Kalorien drauf, bei mir ist es sauber. So, Freunde, ich hab jetzt mal komplett getrackt. Also, wenn man zwei Fladenbrote macht, nur die Fladenbrote haben 630 Kalorien, 50,7 Gramm Eiweiß, 44 Gramm Karpz und 16 Gramm Fett. Jetzt hab ich's mal gemacht mit dem Expressen Light-Aufstrich, das ist 400 Gramm Hähnchen pro Fladenbrot und nur ein Fladenbrot, Davon sind die Werte 696 Kalorien, 80 Gramm Eiweiß, 30 Gramm Kohlenhydrate und 25 Gramm Fett, Leute. Richtig, richtig gut die Werte. Für zwei Döner ist das jetzt, ne? Das ist jetzt für einen Döner. Insgesamt ein Döner hat 600 Kalorien. Ja, also mit 200 Gramm Hähnchen, ne? Also Hähnchen und alles rund dran. Okay. Also ihr müsst bedenken, so ein normaler Döner hat über 1000 und das ist halt alles gesund. Mh, ist das gut, baby? Ja, ne? Ja, da haben wir nicht so das Beste drauf, ne? Mh, dabei immer ein bisschen. Und leid. So, wieder mal ein berüchtigtes Quark, Eiweiß-Quark-Ding, man. Zwei Döffel Flasty White Chocoball, 150 Gramm Gemüse, also Obst war nicht, nicht Gemüse und 50 Gramm Butter mit Cetrone. 150 Gramm Mager Quark wird jetzt gesnackt, Late-Night-Snackt. So Freunde, das war jetzt mal ein kleiner Cover-Day von uns. Ähm, ja. Wie gesagt, haben wir ja ein Pferd gekauft, den Namen ist Chi-Chi Van Helsing. Warum Van Helsing? Ich glaube, weil das Pferd, wo wir das her haben, äh, glaube die Familie Van Helsing heißt, und man, und die suchen irgendwie aus, dass man dann das Pferd, äh, mit dem Namen, wenn es mit C anfängt, äh, Namen auch suchen muss, dass man mit C anfängt ungefähr, irgendwie so sind die Regeln irgendwie so bei den Pferden. Ja, dann hab ich mir gedacht, so, ja, warum nicht Chi-Chi? Die Mutter von Sugoku, von Dragonball, ach Quatsch, die Frau von Sugoku, die Mutter von Sugohan. Und, ähm, ja. Ich hoffe, das Video hat euch eingefallen. 14 Days Out, Polen, Wettkampfmeisterschaft, Mansfield-Sick. Letzter Wettkampf dieses Jahr, und dann werde ich, äh, erst wieder nächstes Jahr im November. 21 starten bei der Dennis Wolf und Dennis James Classic. Und mal sehen, wo es noch, äh, deutsche Meisterschaften gibt, um sich für die Pro Cup zu qualifizieren. Und, äh, nochmal, alles, 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 alles Gute, Mike Sommerfeld. Trin hat Platz bei den Pros. Heftig, geil, mega stolz auf dich, Mama, mega proud. Ab nach Vegas, Baby! Hahaha, peace. Aus. Musik 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 Musik